aha aha mustafa 3 1 gegen fairgang aha musti 4 1 gegen mr fairgang was sehe ich hier wir machen jetzt ein bisschen finalmusikern so ein bisschen stimmung wie gut wie gut der junge ist boah mustafa leider immer zu schnell im loch digga das ding ist warte mal back to back das gleiche tor back to back ist halt best of 2 musti ist im loch wer kann ihn da raus holen aha aha musti könnte wenn der reingeht der will den beleidigen hey hey musti mein bester oh nein oh nein oder keine ahnung weil es kann sein dass im nächsten spiel vielleicht jemand quittet und zu den gegner theoretisch was sagen dass er klasse spielt oder anders vergang ist 15 jahre er hat keine qualifier server qualifier server sind ab 16 bzw zu den Ich fühle Muslis Point mit einem kompetitiven Server, er spielte drei Stunden mit einem kompetitiven Server und dann im Finale gegen einen normalen Server aber es ist was es ist, man kann etwas ändern wie ich so kenne, er ist mega sympathisch und korrekt es ist halt einfach so, es ist einfach gerade das Finale, man spielt 3-4 Stunden wie so ein Turnier man ist im Finale und das Spiel hat Emotionen krass der korrekteste Off-Screen, manchmal haut man einfach Sachen raus, die in dem Moment einfach rauskommen ohne Kontrolle aber On-Streamer muss man halt ein bisschen immer aufpassen vor allem Twitch ist da sehr, sehr streng, wenn man einmal Scheiße sagt und das wird gemeldet dann kann das sein, als du erstmal so ein 3-Tage-Bann bekommst On-Streamer hast du ein bisschen Vorbildfunktion aber Jungs, bitte einmal GG's in den Chat anders vergangen GG auch Musti, Jungs, GG's in den Chat, war ein super Finale war ein super Finale tsch what's up tsch Bis zum nächsten Mal.